Willkommen zu den Vivi News, der Lamborghini NFT Drop auf Vivi sieht doch deutlich besser aus als erwartet und wir schauen uns auf jeden Fall den nächsten Comic Drop an und wir schauen uns auch auf jeden Fall noch den kommenden Drop für den Montag an. Außerdem gibt es ein paar sehr coole Updates und wir klären auch die Frage, wann kommt denn nun jetzt endlich MCP? Willkommen an Bord, ich bin es dein Captain, dein Vivi OG mit den wichtigsten Vivi News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Und ich würde sagen, wir starten heute an dieser Stelle direkt rein ins Video, denn ich habe nicht viel Zeit und ich will euch natürlich auch nicht so viel Zeit klauen. Deswegen, let's go up ins Video. Und starten tun wir an dieser Stelle erstmal mit den Drop Details und zwar nämlich für den kommenden Lamborghini NFT Drop auf Vivi und das wird ja insgesamt hier auf jeden Fall mit vier Autos starten am Sonntag um 17 Uhr deutscher Zeit. Das Ganze wird, wie gesagt, hier im Blindbox Format dann auf jeden Fall auch stattfinden. Das ist erstmal der erste Lambo, den wir auf jeden Fall sehen werden. Das Ganze wird interaktiv sein, nicht drivable, ganz wichtig. Ihr könnt im Prinzip die Türen aufmachen und so weiter und so fort, aber ihr könnt damit nicht fahren. Jedenfalls bis jetzt nicht. Eventuell kann das aber auf jeden Fall im Nachhinein noch eingeführt werden. Schauen wir uns jetzt auch nochmal die Daten an, in diesem meiner Meinung nach doch besser als erwartet. Der Listenpreis wird an dieser Stelle 70 Gems betragen und die Editionzahl hier bei der Ankrammen wird knapp 3000 Stück betragen, was doch relativ human ist, wenn man darüber nachdenkt, dass wir immer noch von einem Lamborghini sprechen. Es wäre natürlich schön gewesen, wäre es etwas mehr gewesen, aber das ist auf jeden Fall etwas, womit ich relativ zufrieden bin. Ansonsten ist das Ganze natürlich eine First Edition und dann würde ich sagen, schauen wir uns auf jeden Fall den zweiten an, den persönlich ich auch sehr, sehr gut finde. Das ist die Rare und der Ganze wird 2014 Stück haben. Das wird natürlich auch wieder eine First Edition sein. Ansonsten haben wir auf jeden Fall hier den dritten. Der sieht auch meiner Meinung nach sehr, sehr cool aus. Hat ja an dieser Stelle 1000 Editions. Und als letztes haben wir dann hier noch die Secret Rare. Die wird mit dem Rwibi-Kennzeichen insgesamt 640 Editions haben und hier gibt es sogar tatsächlich noch eine sehr große Besonderheit, denn insgesamt wird es hier 70 Editionen geben, die an Leute gehen, die tatsächlich ganz am Anfang beim Omi-Token mit dabei waren und damals schon investiert haben, so 2017, 2018. Das heißt, auf jeden Fall hier für die Early Adapter, die bekommen wir auf jeden Fall noch einen Lamborghini, im Prinzip die Secret Rare umsonst dazu. Aber ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf deine Meinung. Nimmst du den ganzen Job mit und findest du die Editionzahl wie auch den Listenpreis so in Ordnung? Schreib es mir sehr gerne unten in die Kommentare. Als nächstes kommen wir zum nächsten Comic und der wird tatsächlich Samstag grobben. Und zwar ist das ganze Avengers 181 aus dem Jahre 1963 mit der First Appearance of Scott Lang, The Man Who Would Become Ant-Man, also der im Prinzip Ant-Man irgendwann wird. Das heißt, ja, meiner Meinung nach hier schon auf jeden Fall ein kleiner Teaser dafür, dass wir auf jeden Fall noch weitere Dinge von Ant-Man jetzt in Zukunft sehen werden. Das Ganze wird natürlich wieder exklusive Rare und Ultra-Rack Cover haben und das Ganze wird, wie gesagt, am Samstag um 17.00 Uhr deutscher Zeit droppen. Das ist einmal das Cover, was wir an dieser Stelle sehen werden, beziehungsweise die Cover ist persönlich für mich jetzt nichts super Besonderes. Schauen wir uns auf jeden Fall mal die Details auf Go Collect an. Ja, dann sehen wir auch direkt hier für 9.6 Grad mal 190 Dollar ist nicht allzu viel. Klar, wir haben hier natürlich den Charakter drin, der dann Ant-Man wird, beziehungsweise Scott Lang, der Ant-Man dann im Prinzip ist. Aber ja, ist anscheinend kein wirklich beliebtes Comic unter Sammlern. Nach dem ersten Ant-Man-Comic sehen wir jetzt auch tatsächlich das zweite Ant-Man-Comic, und zwar nämlich hier Marvel Premiere Hashtag 47 mit der First Appearance of Scott Lang, beziehungsweise erst Ant-Man. Ja, ich weiß nicht, warum das tatsächlich jetzt hier zweimal ist, kann ich euch persönlich nicht sagen, aber tatsächlich auf Go Collect haben wir dieselben Daten, also First Appearance, New Ant-Man. Ja, ist ein bisschen verwirrend meiner Meinung nach, aber auf jeden Fall schauen wir uns auf jeden Fall ganz kurz nochmal die Cover an. Das sind einmal die Covers, die wir sehen werden. Das Ganze wird Montag um 17.00 Uhr deutscher Zeit droppen. Ich finde die Cover tatsächlich gar nicht mal allzu schlecht. Eventuell nehme ich den ganzen Drop tatsächlich doch mit, ansonsten natürlich wieder mit exklusiven Rare und Alt-Shrek-Covern. Und wir sehen uns jetzt auch nochmal hier ganz kurz die Go Collect-Daten an. Die sehen ja ein bisschen besser aus auf jeden Fall als das letzte Comic hier von Ant-Man. Aber ja, eine 9.6 Grad oder 475 Dollar ist halt auch nicht gerade viel. Und ansonsten kommen wir zum Thema MCP bzw. ein paar Updates, denn hier gibt es nämlich wieder ein paar Updates in dem Future Rollout-Prozess. Und ja, im Prinzip können wir auf jeden Fall sagen, MCP ist am Start und wir bekommen jetzt auch die erste Testphase von der ersten Phase von MCP. Mich persönlich erleichtert das wirklich mein ganzes Stück, denn ja, jetzt ist auf jeden Fall ein großer, großer Schritt erstmal geschafft. Die MCP Phase 1 läuft an und das an dieser Stelle mit dem neuen Rollout-Prozess. Wie immer in der ersten Woche werden in etwa 1.700 dazu geholt, in der zweiten Woche in etwa schon 9.000 und dann immer, immer mehr. Ja, ihr seht das im Prinzip ist selbsterklärend. Ich finde das Ganze auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass das Ganze jetzt auch endlich gestartet hat. Ja, denn ich glaube vielen Leuten gibt es auf jeden Fall endlich mal ein bisschen Hoffnung, dass Vivi doch dieses Jahr auf jeden Fall doch das ganze Jahr noch rocken wird. Und ansonsten gibt es noch eine weitere eher negative Sache und zwar gibt es nämlich hier für alle Leute, die auszahlen, eine kleine Änderung und zwar wird es nämlich dort eine kleine Gebühränderung geben. So wie ich das jetzt hier verstanden habe, ist nämlich für die Überweisung, die Wire dann sozusagen der Bank in Rechnung stellt, also die Gebühr, die dabei anfällt, wird angehoben von 15 auf 30 US-Dollar. Warum, weshalb, kann ich euch an dieser Stelle nicht sagen, aber das auf jeden Fall hier ganz kurz zur Info. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, falls ihr in letzter Zeit jetzt ausgezahlt habt oder auszahlen wollt. Schreibt mir gerne dann mal eure Erfahrungen darunter in die Kommentare, wenn ihr auf jeden Fall dort mehr Erfahrungen habt als ich, denn ich persönlich zahle an dieser Stelle momentan jedenfalls noch nicht aus und dementsprechend kann ich euch da leider keine Erfahrung mitteilen. Und ansonsten war es also an dieser Stelle auch schon wieder mit den gesamten kurzen Vivi-News, die du auf jeden Fall wissen solltest. Wenn dir das ganze Video gefallen hat, gib dir das Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke mich auf jeden Fall riesig bei dir fürs Zusehen und wünsche dir noch eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns dann auf jeden Fall in der nächsten Woche, denn jetzt wird auf jeden Fall dadurch, dass ich in Köln beim Karneval bin, keine Videos kommen bis zum Mittwoch nächste Woche. Dementsprechend wünsche ich dir auf jeden Fall noch ein wunderschönes Wochenende. Wir sehen uns dann auf jeden Fall nächste Woche. Bis denn, dein Käpt'n. Ciao, ciao.